WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Dieser Spinner will einen Haufen Seelen ernten, um diese Welt mit dem Jenseits zu verbinden. Was zur Hölle will der Typ denn eigentlich? Gehen wir. Vollkleinabstecher in den Acht. So muss das laufen. Was er getan hat, ist unverzeihlich. Es endet erst, wenn wir ihn aufhalten. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Also, kommst du jetzt mit, oder was? Also, kommst du jetzt mit, oder was?